So, sowas Leute, hallo, ich bin's. Nein, komm, lassen wir das. Ja, ich trage gerade ein Astro A40 Headset und danke nochmal an meinen Sponsor Rocks, meine Mutter und meine Oma, beziehungsweise der Weihnachtsmann. Also wie gesagt, danke für euren Support und ihr wundert sich hier jetzt bestimmt, warum hat Charlie so rote Bäckchen? Das erfahrt ihr nach dem Intro. Ihr habt denke ich mal schon bemerkt, dass ich bei Weihnachten nichts hochgeladen habe, weil ich einfach ein Video für UX gemacht habe und falls ihr mein UX-Smith-Special auf dem UX-Gaming-Channel sehen wollt, dann könnt ihr einfach mal in die Videobeschreibung klicken. Das hatte gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, deswegen würde mich das freuen, wenn ihr da nochmal ein Like drauf gebt oder so. Nein, das hat an sich eigentlich ziemlich gute Resonanz, aber klickt trotzdem drauf nach diesem Video. Dann soll noch mal jemand sagen, ich wäre klickgeil, Alter. Und die sehr aufmerksam unter euch werden schon bemerkt haben, Charlie kombiniert heute mal etwas sehr Ungewöhnliches. Das UX-Gaming-Jersey, was er fast in gar keinem Video trägt, mit einer schwarzen Hose, die er auch eigentlich sonst auch in jedem Video trägt. Er war ziemlich am strugglen zwischen diesem wunderschönen UX-Gaming-Trikot und diesem wunderschönen Team-Under-Ratings-Trikot. Er stellte sich nur die Frage, wo ist Effekt größer drauf? Und die richtige Antwort war diese. Wow! Effekt-Product-Placement abgehakt. Also wie gesagt, ich hoffe mal, ihr habt alle Weihnachten gut überstanden und diesen ganzen anderen Scheiß, mit dem euch YouTuber volllabern, denkt euch jetzt einfach, okay? Wo bist du? Wo bist du? Da ist er das... Er hat mich noch geneift. Oh boy. Wow, ich bin Zweiter. Aber naja, warum hat Charlie so rote Wangen? Und warum ist der eigentlich so hässlich? Och, jetzt hört doch auf, Mann. Denn ja, ich mache jetzt so seit zwei Tagen so einen kleinen Ferienjob und der ist für den Körper echt extrem anstrengend, Alter. Auch wenn er Spaß macht, allerdings ist er halt für den Körper einfach extrem anstrengend, Alter. Und ich dachte mir heute Abend so, ja, gehst einfach mal baden, so eine Spannung, sodass deine Muskeln auch nicht irgendwie, nun ja, einen Muskelkater bekommst oder was weiß ich. Und das fuckt halt extrem ab, wenn du einen Muskelkater bei der Arbeit hast, so ungefähr. Vielleicht klingt baden in der Badewanne jetzt etwas schwul für manche, beziehungsweise ist auch etwas schwul. Aber ich kann euch versichern, ich bin nicht schwul. Und bestimmt jetzt alle meine weiblichen Fangirls so, oh mein Gott, zum Glück. Und dann die Anzahl meiner weiblichen Fangirls. Aber Jungs als Abonnenten sind ja auch ganz cool. Außer, dass die alle AdBrog haben und sich nicht so leicht manipulieren lassen. Aber irgendwie musste ich ja Geld verdienen. Aber Charlie, du bist doch nicht mal in einem Netzwerk und du verdienst gar kein Geld mit YouTube. Ach ja, deswegen also. Komm ich jetzt hoch oder was? Jetzt lass mich doch... Lass mich hoch! Aber ja, ich war baden. Und normalerweise höre ich halt immer beim Baden so ein bisschen Musik über das iPad und es wird immer homosexueller und homosexueller. Und nebenbei gucke ich dann immer noch am Handy, was so in der Welt los war jetzt an dem Tag. Wer vielleicht ein Video hochgeladen hat auf YouTube oder was weiß ich so ungefähr, ja. Und normalerweise lege ich dann immer das iPad aufs Board, wo ich ja wohl halt in die Musik herkommt. Und daneben mein Handy, damit ich es unterscheiden kann, welches welches ist, wenn ich da hingreife in der Badewanne, sag ich mal, ja. Nur heute, weil ich so kaputt von der Arbeit war, denke ich mal, habe ich einfach mal mein Handy auf das iPad gelegt, ja. Ich wollte dann zum iPad greifen, um die Musik zu ändern oder beziehungsweise, ich glaube, um sie generell anzumachen, ja. Und ich greife dahin, also ich greife so hinter mich, dann nehme ich das iPad nach vorne quasi. Und wie ein Katapult schleudert es mein Handy in die Badewanne. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mein ganzes Leben einfach während... Ich habe das Handy fliegt so in Zeitlupe, in Zeitlupe, ungelogen. Und mein ganzes Leben ist einfach an mir vorbeigezogen in diesem Moment. Es war einfach... Wisst ihr, wie im Film halt. Und ungelogen jetzt gerade, ja, das Handy fliegt, ja, es fliegt direkt in die Badewanne, ja. Und bevor es überhaupt auf den Boden aufgekommen ist, wie ein Blitz, ohne Scheiß, ich wusste nicht, dass ich so eine Reaktionszeit habe, ja. Bevor das Handy überhaupt den Boden berührt hat von der Badewanne, ja, nehme ich meine Hand, greife das Handy und ziehe das direkt wieder aus dem Wasser quasi raus, ja. Und danach war natürlich Wiederbeleben angesagt. Ich natürlich jetzt ohne Scheiß, ich war wirklich in Panik, das glaubt ihr wirklich nicht, ja. Ich habe mich so erschrocken irgendwie. Auf jeden Fall schmeiße ich es dann auch so aufs Handtuch, was so vor der Badewanne lag, sag ich mal. Dann habe ich es sehr schnell abgetrocknet und dann, sag ich mal, quasi so wirklich, als würdest du einen Menschen wiederbeleben, ja. Als erstes so, also erst mal geschüttelt quasi dann die ganze Zeit, damit das Wasser halt so ungefähr rausläuft. Also es war nicht wirklich viel drin oder so, aber es ist halt so rausgelaufen, sag ich mal. Und dann habe ich halt versucht zu reanimieren. Jetzt ungelogen, ich habe wirklich versucht zu reanimieren. Also ich habe quasi in alle Öffnungen von dem Handy reingepustet und dadurch ist dann auch noch ein bisschen Wasser rausgekommen, sag ich mal. Und dann habe ich den Anschalter gedrückt und es ging noch, ja. Da war ich erst mal so ein bisschen wieder beruhigt, ja. Aber ich dachte so, ah, wenn jetzt noch irgendwie mehr Wasser reinfließt oder was weiß ich, dann geht es wahrscheinlich kaputt. Ohne Scheiß, Leute, ich hatte so Panik auf einmal. Und der Akku an sich war schon irgendwie schwach, also es war bei 30 Prozent, glaube ich. Und da geht mein Handy schon immer automatisch aus. Ich weiß nicht warum. Aber das Handy ist halt auch zwei Jahre alt und deswegen, nun ja, ist der Akku relativ gefickt schon. Und dann auf einmal, ich habe sie wieder versucht weiter zu reanimieren, sag ich mal. Und dann war es auf einmal aus. Und ich war mir jetzt nicht sicher, ist es jetzt kaputt oder ist einfach nur der Akku alle, ja. Aber jetzt habe ich es wieder voll aufgeladen und ein bisschen auf die Fensterbank gepackt und Leute. Jawohl, Alter. Digga, was laden die mich denn alle zur Party ein, Alter. Ohne Scheiß, ich bin hier mit dem USB-Ding von meinem Headset bin ich im PC, ja. Weil ich halt über TS reden will, ja. Und mit dem anderen Ding bin ich halt, ähm, ja, in der PS4, sodass ich halt Sound habe, ja. Bitte, falls ihr in der PSN-Freundesliste seid, ja. Schickt mir keine Party-Nachrichten oder beziehungsweise Einladungen. Ich komme da nicht rein. Ich komme da nicht rein. Ich stecke doch nicht extra mein Headset um. Und ja, wegen dieser ganzen Aufregung und Panik habe ich jetzt ziemlich rote Wangen und es geht irgendwie nicht weg. Am meisten Angst hatte ich natürlich davor, dass wenn mein Handy jetzt kaputt ist, ich ja gar keine tollen Bilder mehr auf Instagram posten kann, ja. Hey Charlie, wie heißt du denn auf Instagram? Oh, äh, da, da heißt ich Charlie Warfels. Das ist doch immer in der Videobeschreibung verlinkt. Übrigens hatte ich euch ja im letzten Video gesagt, dass ihr mich gerne auf meinen PSN-Account adden könnt, also UX-Charlie, und das haben wirklich über 80 Leute gemacht. Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute meine Videos schauen, beziehungsweise, dass mich so viele Leute überhaupt kennen. Aber wenn ihr eine dieser Leute seid, die mich geedit haben und jetzt mich in der Freundesliste haben, ja, dann schickt mir bitte keine PSN-Party-Einladungen. Allein in dieser Aufnahme habe ich jetzt schon über 5 Leute eingeladen. Was laden die mich denn alle zur Party ein? Spielen. Nö. Meinst du nimmst jeden an? Sorry Dicker, ich war vorher nicht online, beruhig dich. Hab dein Video jetzt erst gesehen, hoffe ich bin nicht zu spät. Dich Hurensohn nehme ich noch nicht mehr an. Es sei denn, du hast eine leckere Effektdose vorher gekauft, dann ist das noch machbar. Huch, das geht ja schon weiter. Gewinnt mein Team eigentlich? Ah, ne, sieht nicht so gut aus. Ja, get shit on. Ha, du Hurensohn. Ich glaube, ich sage das Wort Hurensohn viel zu oft. Aber naja, das soll es jetzt auch mal wieder von diesem Video sein. Ich weiß, dass viele von euch sich wieder gewünscht haben, dass ich irgendwelche Kommentare von anderen YouTubern kommentiere. Deswegen wird das, denke ich mal, als nächstes Video kommen. Aber ich muss mal gucken. Und ja, wie gesagt, falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer... Ihr wisst, denke ich mal, eh, was zu tun ist. Also ja, das war es von diesem Video hier und das war es auch von mir. Tschüssi. Junge, ich gehe in keine Party. Oh. Nö. Oh. Ach, jetzt hört doch auf, man.